stirbt du Mongo Hals im Maul was ist das ah ein Geist Hilfe Scheiße wie der lebt noch was ist das der ist so unsterblich was geht Leute ja wir sind jetzt in diesem Golden Cat gelandet ach so herzlich willkommen bei Vision Gaming zum 8. Part von Dishonored ja ich bin jetzt in diesem Golden Cat naja ich bin jetzt in muss jetzt zum Golden Cat gehen und ja ne der hat mich nicht gesehen das ist unmöglich nein Halsmauer jetzt kommen wir wieder so sauf wieder das ist so dumm ja komm gönn dir ähm sieben komm mal nicht durch da bist du ja so hilft mir doch jemand umzingelt ihn essen super hä wie kommt der denn da hin ja so geht's auch ne ok geh ich mal nach da oben nein scheiße hä guck mal kann man da vielleicht außen na gut nicht außen rum ne glaube ich eher nicht vielleicht hab ich aber keinen Bock drauf geh ich lieber hier lang nein ah was war das denn ach so stachel ich glaube der war gar nicht größe oder gönn dir alter was war das denn verrotte im großen nichts du schwein Halsmauer juckt mich nicht scheiße jawohl alles mal super scheiße ratten naja egal aber egal ich kann mich ja jetzt hier so durchsteppen sneaken was weiß ich stealthen so ja der geht sogar perfekt rein guck mal jawohl gleich ne Rune gefunden na mal geil warte mal ich musste mal einsetzen die Dinger wie hab ich denn zwei Zeit verlangsamen ähm Beweglichkeit Blutdurst was weiß ich Alter ich glaub ich gönn mir mal Zeit verlangsamen jawohl ja ist mir schon klar ob ich das einsetze unser Knochenantefakte willkommener Gast du kannst du kannst weiße ratten länger beherrschen ja super bringt mir nix aber egal wann sehe ich denn mal weiße Ratten nein ich dachte fällt es runter komm komm ich doch nicht hoch oder so Junge hä super geschafft ist ja geil so wie geht denn das jetzt so hä voll geil wieso hab ich das nicht gleich am Anfang benutzt hammergeil naja gut weg mit dir nein ich hab den der zu dem scheiße egal wo ist das denn wo ist morgen hin boah es kann ja alles verkaufen so naja irgendein tagebuch oder so was weiß ich scheiße du solltest auf deinem posten sein dafür kannst du entlassen werden ich denke du hast kaum etwas getrunken wach auf so so pack ich erstmal hier weg wie was nein ihr habt mich nicht gesehen ok egal hm komm mal den kann man doch auch hier ein bisschen äh töten und tschüss das hat keiner gesehen wollt ihr mich verarschen was macht der denn da ach das ist ein vogel ok das sollten uns näher ansehen nein solltet ihr nicht halt's mal herr kann ich die Tür ok doch gut please do not ask for credit würde ich doch niemals ich weiß gar nicht ob die das merken wenn ich ähm durch eine Tür gehe die dann auflasse und dass die das dann merken oder so hier sieht's doch gut aus ach so hier muss ich sogar hin was ist das hier wo das okay Halt's Maul ok man mein cool Zeitluh-Move jetzt ja hab ich gelb ja voll das ist voll geil boah ich lass mich gleich am Anfang benutzt hä was ist scheiße ok alles klar ganz genau sie besagen dass die konservativen drei zusätzliche Stimmen erhalten aber nicht im Monat des Holzes ach wirklich im Monat des Holzes ok woher weißt du denn sowas gönn dir komm ich hier vielleicht irgendwo durch oder so was ist dem alten Estamont zugestoßen die Rattenbar ah vielleicht muss ich warten bis die rauskommen oder ich kann doch meine Homies hier benutzen um da rein zu kommen ich kann das ja in so ein Loch oder sowas ich glaub ich eher nicht ne ja anscheinend können die nicht schwimmen ok jetzt okay gönn dir oh das ist gelb also warte mal das ist das du das ist gelb garb das ist gelb das ist gelb Oh, mein Schlüssel. Hä, was? Stirb, du Mongo. Halt's den Maul. Hä, was ist das? Ah, Geist, Hilfe. Scheiße. Wie, der lebt noch. Was ist das? Der ist unsterblich. Ah, ne, ich will sie wieder älter. What the fuck? Hat er denn die Schlüssel am Start oder so? Was ist denn das? Für ein Scheiß-Bug. Oh, mein. Ich glaube, der nicht. Ach so, das ist ja der, der nicht hier eigentlich überhaupt am Stimmen. Ne, keine Schlüssel. Da, da. Die Ratten. Ist das euer Scheiß-Ernst? Oh, guck mal, was wir essen. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Hä? Von wo kommen die denn jetzt, Alter? Alter, da geht's ja noch nach oben. Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Hä? Hä, was? Geh mal weg, Alter. Hä? Von wo kommen die denn? Hilfe! Heizmauer. Von wo kommen die denn alle, Alter? Achso, ich dachte, ich bin tot, glaube ich. Boah, von wo kommen die denn alle? Was ist denn das für ein Scheiß? Achso, Leute, guckt mal. Ich bin ja hier links wie gar nicht. Ich bin ja hier rechts. Oh, ne, ne? Egal. Scheiß, jetzt kommen wieder so mega viele Gegner. Ich riech das so, Alter. Was? Geh weg, Alter. Wie, das ist tot? Geh mal weg, Alter. So. Gut. Lass mal das Blündonnen. Guck mal, ich sag' gerade, Alter. Äh, ja, genau. Wo war denn das nochmal? Ja, das eine war da unten, aber das andere, wo war denn das nochmal? Hä? Wo bin ich denn? Achso. Halt's, Maul, ist das euer Ernst? Halt's, Maul. Scheiße. Ich hab doch nix getan. Lasst mich in Ruhe. Oh, ne, ist wieder dieser Monbo. So, Leute, ich glaub' das war's jetzt für den Part hier, ähm... Den Rest machen wir später weiter. Und, ja... Würde ich mal sagen... Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao. Ja. Alles noch. Alles noch mal. Hallo. Bis zum nächsten Mal.